Also die Laternchen sind eine feste Fassnachtsgröße in Frankfurt. Wir machen siebenmal ausverkauft dieselbe Sitzung mit sieben verschiedenen Zunft-Elferräten, das heißt die Bäcker und Konditoren, die Metzgerinnen, die Metzgermeister, die selbstkeldernden Appelweinwirte, die Obermeister des Handwerks. Wir sind für die kleine Manpower, die wir haben, sehr produktiv und pflegen in unseren Sitzungen mit der hessischen Küche, dem Appelwein und dem Wasserweg halt die Frankfurter Tradition schlechthin. Jeder Frankfurter, der was auf sich hält, war wahrscheinlich schon mal beide Laternchen. Es gibt aber ja jetzt mittlerweile sehr viel zugezogene Frankfurter und Jungfrankfurter und Leute, die jetzt kurz über 18 sind, die müssen das Laternchen unbedingt kennenlernen, damit eben die Tradition nicht aussteppt, sondern weitergetragen wird. Alle Laternchen sind goldische Frankfurter. Frankfurt-Fans und Leute, die für und in Frankfurt leben. Wir sind der Frankfurt-Verein. Mehr Frankfurt geht nicht.